Österreich ist das einzige Land in Europa, in dem junge Menschen bereits ab 16 Jahren wählen dürfen. Sie haben mit einer Vielzahl von politischen Begriffen und Informationen zu tun. Und wie sieht's mit der politischen Bildung aus? Derzeit gibt es in 14 verschiedenen Schultypen, sechs verschiedene Schulfächer in den verschiedensten Schulstufen. Wir fordern politische Bildung als eigenes Unterrichtsfach ab der fünften Schulstufe, damit alle jungen Menschen ihre politischen Rechte kennen und gebrauchen, kritisch hinterfragen und aktiv mitgestalten können. Bildung macht Politik – eine Initiative der Bundesjugendvertretung.